Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin an und einige Länder. Zuerst die Länder. Syrien, Kosovo, Philippinen, Rumänien, Eritrea, Kamerun und Slowakei. Fangen wir an. Wo in Syrien, wohin nach Syrien. Wo im Kosovo, wohin in den Kosovo. Wo auf den Philippinen, wohin auf die Philippinen. Wo in Rumänien, wohin nach Rumänien. Wo in Eritrea, wohin nach Eritrea. Wo in Kamerun, wohin nach Kamerun. Wo in der Slowakei, wohin in die Slowakei. Und jetzt noch einmal. In Syrien, nach Syrien. Im Kosovo, in den Kosovo. Auf den Philippinen, auf die Philippinen. In Rumänien, nach Rumänien. In Eritrea, nach Eritrea. In Kamerun, nach Kamerun. In der Slowakei, in die Slowakei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. In dem knows. I senseivaccine. dumplings stehend castiges. In das ist's top revers Fest. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wohin in den Sudan? Wo in den USA? Wohin in die USA? Wo in Italien? Wohin nach Italien? Wo in Peru? Wohin nach Peru? Wo in Estland? Wohin nach Estland? Wo in der Schweiz? Wohin in die Schweiz? Und jetzt noch einmal. In Asien? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. In Asien? Wie in die Schweiz ist das? Und dann bei denen ich glaube, dass euch das Video gefallen hat. Weil das hier ist die Maisel existier. Wie in der Schweiz ist noch einmalig. Wie in der Schweiz? Wie in der Schweiz? Wie in der Schweiz? Vielen Dank. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Frage wo und wohin genauer an. Zuerst die Nomen. Das Zimmer, die Küche, das Geschäft, die Terrasse, die Bank und die Bank und die Schule. Setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wo im Zimmer. Wohin ins Zimmer. Wo in der Küche. Wohin in die Küche. Wo im Geschäft. Wohin ins Geschäft. Wo auf der Terrasse. Wohin auf die Terrasse. Wo in oder auf der Bank. Wohin in, auf, die oder zur Bank. Wo auf der Bank, also der Sitzbank. Und wohin auf die Bank, also auf die Sitzbank. Wo in der Schule. Wohin in die Schule oder zur Schule. Und jetzt noch einmal. Links steht Dativ. Wo und rechts Akkusativ. Wohin. Aber Achtung, nicht immer. Im Zimmer, ins Zimmer. In der Küche, in die Küche. Im Geschäft, ins Geschäft. Auf der Terrasse, auf die Terrasse. In oder auf der Bank. In oder auf die Bank, beziehungsweise zur Bank. Auf der Bank, auf die Bank. In der Schule, in die Schule oder zur Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann. 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 Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Am Meer, ans Meer. Im Haus, ins oder zum Haus. In der Bar, in die Bar. An der Bar, an die Bar. Auf dem Platz, auf den Platz. Im Hof, in den Hof. Auf dem Balkon, auf den Balkon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. 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 Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Frage wo und wohin genauer an. Zuerst die Nomen. Das Zimmer, die Küche, das Geschäft, die Terrasse, die Bank und die Bank und die Schule. Setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wo im Zimmer, wohin? Wo im Zimmer, wohin ins Zimmer. Wo in der Küche, wohin in die Küche. Wo im Geschäft, wohin ins Geschäft. Wo auf der Terrasse, wohin auf die Terrasse. Wo in oder auf der Bank, wohin in die Bank, wohin auf die Bank, wohin auf die Bank, wohin in die Schule oder zur Schule. Und jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal, links steht Dativ, wo und rechts Akkusativ, wohin. Aber Achtung, nicht immer. Im Zimmer, ins Zimmer. In der Küche, in die Küche. Im Geschäft, ins Geschäft. Auf der Terrasse, auf die Terrasse. In oder auf der Bank, in oder auf die Bank, beziehungsweise zur Bank. Auf der Bank, auf die Bank. In der Schule, in die Schule oder zur Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Tschüss. 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 Leslie�. Musik Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin an. Zuerst die Nomen. Setzen wir ein. Links steht Wo, rechts Wohin. Wo im Tal. Wohin ins Tal. Wo in der Wüste. Wohin in die Wüste. Wo am Strand. Wohin an den Strand. Wo auf dem Weg. Wohin auf den Weg. Wo in der Station. Wohin in die Station. Wo zu Hause. Wohin nach Hause. Wo im Café. Wohin ins Café. Und jetzt noch einmal. Links steht Wo, rechts Wohin. Im Tal. Ins Tal. In der Wüste. In die Wüste. Am Strand. An den Strand. Auf dem Weg. Auf den Weg. In der Station. In die Station. Zu Hause. Nach Hause. Im Café. Ins Café. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Dann. Bis dann. Hallo, in diesem Video stellen wir uns die Frage, wo oder wohin? Zuerst sehen wir einige Nomen. Meer, Haus, Bar, Platz, Hof und Balkon. Und jetzt setzen wir die Präpositionen und Artikel ein. Wo am Meer, wo im Haus, wo in der Bar, wo an der Bar, das ist die Theke, wo auf dem Platz, wo im Hof, wo auf dem Balkon, wohin ans Meer, wohin ins oder zum Haus, wohin in die Bar, wohin an die Theke, wohin auf den Platz, wohin in den Hof, wohin auf den Balkon. Und jetzt noch einmal, links steht wo, rechts wohin, am Meer, ans Meer, im Haus, ins oder zum Haus, in der Bar, in die Bar, an der Bar, an die Bar, auf dem Platz, auf den Platz, im Hof, in den Hof, auf dem Balkon, auf den Balkon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Bis dann, ciao. Tschüss. 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 Sch